Wie weit das wir jetzt schon sind, wie viele Missionen das noch fehlen? Weil, dürfen wir uns doch schon hübsch schön langsam dem Ende nähern, glaube ich jetzt mal. Eigentlich schon, ja. Missionen ist technisch, ja. Na gut, so viele Hauptmissionen haben wir noch gar nicht gemacht heute. Ne, das nicht, ne. Aber ich glaube, dass es nicht viele Hauptmissionen mehr gibt. Ja, meinst du, dass die neuen nur Hauptmissionen sind? Glaube ich nicht. Also, beim letzten Mal waren es, glaube ich, noch neun? Oder waren es bei mir noch neun? Bei mir waren es, glaube ich, zehn oder elf. Ich bin mir nicht sicher. Viel sind es nicht mehr. Müssen wir deswegen mal nachgucken, wie viel das kommt. Wir haben Michael gerettet. Das war wohl oder übel eine Hauptmission. Ja, wir haben schon ein paar Hauptmissionen gemacht. So ist es nicht, aber nicht viel. Dann schauen wir mal. So, gegen die Statistik. Info oder was? Statistik. Drückt drauf, 100% Checkliste runter. So, 61. Okay. Okay. Haben wir ja doch noch acht Stück vor uns. Wahnsinn. Also, dann haben wir eine große Kunde vor uns. Den letzten Kunde. Höchstwahrscheinlich. Und dann ist wahrscheinlich das Untertauchen relativ, äh, Free-Flame. Würde auch mal gucken. Ja gut, du wirst schon noch ne Abbau-Mission haben. Das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Alter, fetter Verkehr. Ja. So. Na gut, wir haben auch nebenher Sachen jetzt gemacht. Wird es da runter müssen. Dann fahren wir zurück nochmal. So. Perfekt. Da rollen die da raus. Jo. Dann starten wir da rein. Und dann machen wir da auch ein paar Missionen. Der pimpt das Auto einfach ohne uns, siehst du? Ja. Total unzuverlässig, der. Vorher war er nur schwarz. Jetzt hat er fette Dollarzeichen im Start. Ja. Okay. Wir können da einfach mal reinfahren, ist ja geil. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie es das fabriziert. So. Da links drin. So. Dann ab zum Heli. Da geht's rin. Jetzt wird das sogar aufgemacht. So. Links rum. Da ist der Kreisch. Alright. Ihr Heinz ist Pilot, oder? Wir müssen warten, bis es genug ist. Dann gehen wir in den Chopper. Helikopter fliegen kannst du ja. Na, schlecht. Du bist besser. Soll ich fliegen? Schauen wir mal. Ja, du kannst ja erstmal... Da wär gleich der nächste. Na, geil. Wo ist denn das? Wo sind wir? Da. Okay. Am Arsch der Welt. Siehst du die Backen? Ja, genau. Siehst du die Backen? Sie sind am Arsch der Welt? Ja, genau. Ja, genau. Fliegt zur Absprungzone. Eine Dacht- und Nebelaktion. Zwar ohne Nebel, aber... Oh. You know? Ja, das ist die Absprungzone da oben. Hm. Da kommst du schon. Über die... Ja. Über die... FBI-Gebäude. Hochhäuser. Ja. Da musst du dann abspringen und dann nimm mal rin. So, du musst doch rüberfliegen. Das kippen wir schon. Ah, die Stadt sieht schon geil aus bei Nacht. Glaubst du es? Das habe ich schon mal getroffen. Nicht wirklich, doch. Haha, ich hau dir eine rein. Ohne Scheiß. Das könnte gutmöglich sein. Du hattest ja nur noch neue Missionen. Es kriegst du hin. Normalschiff. Mach mal. Ey, ich versuch's ja. Wenn du es schon einmal geschafft hast, schaffst du es ein zweites Mal. Äh, springen da alle raus. Mhm. Hübel. Ach, da ist noch ein Flieger. Es kriegst du hin, Juge. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Juge. Wie du wirst? So, wo ist die Landezone? Da vorne ist sie. So, darfst du... bald mal die reißleine ziehen ich glaube du bist zu niedrig ich glaube du bist zu niedrig nicht wirklich nicht nach unten drücken das glaube ich nicht mehr vorteilhaft du kommst schon noch hin du kommst schon hey nee das wird nichts mehr was machst du denn er zieht vorunter wieso kommt der tipp so langsam ok klatsch da voll aufbau da auf junge was machst du denn alter aufklatschen alter so aber diesmal nicht so spät die reißleine ziehen ich schätze wir haben Zeitpunkt so genau sieht doch schon mal gut aus ja genau ein bisschen abwärts noch ein bisschen abwärts ein Stück runter 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 und weiter gerade und jetzt runter sauber lande ja so dann sind wir dort ok er ist sauber echt sauber gelandet ja war eine gute verdammt sauber war eine gute Aktion so sauber bin ich noch nie gelandet so scheiße dafür landet er jetzt beschissen sag mal auf mit wat lass doch nicht einfallen ich hab hier nichts unpraktisch oder mach's dir selber auf dann fluchte axt will dein feuer nicht zerstören so ich würde weggehen was könnte hochgehen anzünde mal ich muss rein und dich dann rausballern ich muss rein und dich dann rausballern ich muss rein und dich dann rausballern was machst du denn ich soll den Controller verlieren wieso oder auch nicht der leuchtet nicht doch leuchtet so arbeitsplatz so handy was externes gerät äh ja heckexel mit 37 fängt es an die Nummer auf der äh oben ja ok sauber sauber ok ok der war gut der war gut jetzt müssen wir nur noch sichern dass da keiner durchkommt kannst frank dann auswählen wenn es ist sauber so die kriegst du schon alle platt boah fuck komm oben durch die Scheiben komm zerleg sie alle sauber so oben durchs Fenster genau fuck wie viel kommen da noch wie weit ist denn der scheiß download oh krass ok nicht durch die Scheibe bitte hauswand oder ja gas oh man wenn es den kreis drückst siehst du auch ein terminal muss aber jetzt nicht ja wenn du Luft hast machst du mal ein bisschen auf dem terminal look schlackbruch ist eh gleich fertig ist eh gleich fertig download komplett get the device so ok download ist abgeschlossen sauber und jetzt raus komm wir aus dem FBI Gebäude bleib bei dir fuck übel hau wer ist denn das da draußen sauber anständige Waffe genau so runter da triffst du die Tür noch fix alter so sauber so durch da mach sie alle fertig kriegst du schon hin so ein Glückstück sauber alter die ganze Hütte brennt nur wegen dem scheiß Heli fuck so wo ist der da ist er krass da ist der tote Helikopter Flieger ja das wäre der Fluchtplan gewesen oh shit was machst du der Heli ist der franklin aus der hat noch bessere energie so ab durch die mit so kannst du verschonen der schießt nicht so weiter ab durch die tür schießt schießt schießt